Geschichten an ihrem 86. Geburtstag brachten die Kinder ihre Mutter ins Altenheim und verkauften ihr Haus, aber sie konnten sich nicht einmal vorstellen, was die Frau geplant hatte. Wenn eine Person gegen ihren Willen etwas tun muss, hat sie zwei Möglichkeiten, nichts zu tun oder einfach zu handeln. Eine 86-jährige Dame hatte nicht erwartet, dass ihre Kinder und Enkelkinder so etwas Schreckliches tun würden, aber sie beschloss, ihnen eine Lektion fürs Leben zu geben. Dies ist eine Geschichte, die noch nie zuvor erzählt wurde und ich denke, selbst das härteste Herz kann die Traurigkeit nicht ertragen, zu wissen, was dort passiert ist. Und alles geschah vor einiger Zeit in Argentinien. Sofia Rodriguez hatte in den letzten Jahren ein einsames Leben geführt, aber es war nicht immer so. Sie wurde in einer kleinen Stadt im Süden des Landes geboren und als Einzelkind bekam sie die ganze Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Sie heiratete mit 30 Jahren und bekam bald darauf ihr erstes Kind. Bald darauf kam ihre andere Tochter Sofia. Sie liebte es, Mutter zu sein und mit ihnen zusammen zu sein. Sie waren ihre größte Verehrung, zusammen mit ihrem Ehemann, aber die Zeit verging und sie wuchsen heran. Die Frau wollte das Beste für ihre Kinder und, sehen Sie, sie kam aus einer guten Familie, Landbesitzerin. Ihr Vater besaß mehrere Felder und ihre Mutter arbeitete zu Hause. Der Mann, der nur eine Tochter hatte, brachte ihr bei, das Geschäft fortzuführen, denn sie wollten ihr alles hinterlassen. Und schließlich, nachdem sie ihre Eltern verloren hatte, erbte sie all ihr Vermögen. Sie hatte gute Ersparnisse, viel Land und vor allem das Haus, in dem sie aufgewachsen war. Die Kinder von Sofia wuchsen schnell heran und jeder beschloss, sein eigenes Zuhause zu gründen. Trotzdem unterstützte sie sie weiter und noch mehr Zeit verging und jetzt wird Sofia 86 Jahre alt. Leider hörten ihre Kinder und Enkelkinder auf, sie zu besuchen. Das letzte Mal sah sie sie, als ihr Mann starb, der nach einer schrecklichen Entdeckung ging. Sie werden sehen, dass er seinen Kindern vertraute und ihnen erlaubte, das Geschäft zu führen, das er mit seiner Frau hatte, aber sie wussten nicht, wie man es richtig führt und brachten es in den Bankrott und machten sogar den Fehler, ihre drei Fixer nicht zu bezahlen. Und nicht nur das, sie zahlten auch keine Steuern, was zu sehr großen Schulden führte und der Mann konnte den Schock nicht überleben. Sofia erhielt eine Drohung, dass all ihr Vermögen beschlagnahmt werden würde, also hatte sie keine andere Wahl, als zu zahlen. Sie wurde gezwungen, mehrere Grundstücke zu verkaufen und blieb nur mit ihrem Haus zurück. Die Kinder hörten einfach auf, sie zu besuchen und sie verstand nicht, warum, denn sie war nicht wütend auf sie. Und zu ihrer Idee verstand sie, dass im Leben das Wichtigste die Gesundheit und die Gesellschaft der Liebsten ist, nicht das Materielle. Der Tag ihres Geburtstages war gekommen, sie konnte sich noch bewegen, laufen und sogar kochen. Vielleicht erinnerte sie sich an ihre Kinder- und Enkelkinder-Chile. Wann war das letzte Mal, dass sie einen Tag zusammen verbrachten, aber sie hatte den Glauben, dass sie sie besuchen würden. Tatsächlich wartete sie in den letzten Jahren immer auf sie, aber sie kamen nicht. Jetzt bereitete sie ein köstliches Essen zu und sogar ihren eigenen Kuchen, obwohl es ihr Tag war, machte sie ihn in der Absicht, diesen Moment mit ihren Liebsten zu teilen. Und der Tisch war fast fertig, als sie plötzlich die Tür zuschlagen hörte. Sind sie das? Es ist noch früh. Sophie ereilte zur Tür und als sie sie öffnete, erhellte sich ihr Gesicht vor Freude. Kinder, Enkelkinder, alle kamen. Hallo, Mutter, gesagte einer von ihnen. Die ältere Frau konnte es nicht glauben, sie waren endlich da. Glücklicherweise war sie sehr früh aufgestanden, um das Abendessen zuzubereiten und jetzt musste sie sie nur noch zum Essen einladen, um mit der Familie zu feiern. Die Kinder kamen herein, kamen gerade rechtzeitig. Plötzlich erinnerte sie sich daran, dass sie nichts zu trinken hatten. Also bat sie sie, drinnen zu warten, während sie Getränke kaufen ging. Der nächste Laden war einen Kilometer entfernt. Normalerweise hätte einer ihrer Kinder oder Enkelkinder etwas zum Teilen mitgebracht, angeboten, zu kaufen, aber es gab kein Interesse und sie schienen auch nicht so glücklich über den Muttertag zu sein. Bis die Tochter kommentierte, Mutter, wir haben keine Zeit dafür. Zieh dich an, wir gehen aus dem Haus. Die ältere Dame wurde nachdenklich und bestürzt. Aber wohin gehen wir? Plötzlich vergoss sie einige Tränen der Freude. Hatten ihre Kinder sie an einen besonderen Ort gebracht? Zweifellos wäre das ein großes Detail gewesen. Aber plötzlich kommentierte ihr Sohn, Mutter, mach dich fertig, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber was ist mit dem Kuchen, den du gemacht hast, Oma? Du musst dich fertig machen, wir müssen jetzt das Haus verlassen, sagte die Enkelin. Und bald bemerkte die ältere Dame etwas. Vielleicht waren sie nicht zu meinem Geburtstag gekommen. Der Geburtstag ihres Sohnes fragte erstaunt. Ja, heute wird sie 86 Jahre alt, heute ist ihr Tag. Aber keiner von ihnen gratulierte ihr. Und sie sagten ihr nur, dass sie gehen sollte. Und plötzlich fragte die Tochter ihn, Bruder, wann haben sie mir gesagt, dass sie kommen würden? Und morgen früh. Die ältere Dame schien verwirrt. Wer kommt? Das war seltsam, sie konnte nicht verstehen, was vor sich ging, aber es war klar, dass sie nicht gekommen waren, um bei ihr zu bleiben. Als sie den Kuchen sahen, begannen zwölf Meter, ihn zu schneiden, um alle anderen zu füttern. Iris wartete nicht einmal darauf, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Mutter, das Haus wird jetzt verkauft, nimm deine Sachen und lass uns gehen. Und wie sie sehen werden, gab die Mutter vor einigen Jahren ihr Haus an ihre beiden Kinder. Jeder sollte die Hälfte erhalten, um Probleme zwischen ihnen zu vermeiden. Die Frau versicherte ihnen, dass sie es erst nach ihrem Tod haben würden, aber das blieb nur in Worten, es wurde nie im Testament geschrieben und jetzt wusste sie, dass sie nichts dagegen tun konnte. Trotzdem dachte sie, dass sie vielleicht bei einem ihrer Kinder leben würde. Die Freude, mit ihnen zu teilen, war nicht schlecht. Schließlich ist das Wichtigste, bei ihnen zu sein und vielleicht ist es Zeit zu gehen. Und der Sohn kommentierte, wir müssen anfangen aufzuräumen. Aber als sie mit den Sachen fertig waren, sagte Sophia, dass sie aufräumen sollten und nichts weiter. Dafür dient die Anzeige nicht. Sie beobachtete schmerzvoll, wie ihre wertvollen Erinnerungen weggeworfen wurden. Sie sah praktisch, wie ihr Leben auf die Mülldeponie geworfen wurde. Der seltsame Fehler war, als ob ihr Herz herausgerissen worden wäre. Sie wollte etwas sagen, konnte sich aber nicht ausdrücken. Plötzlich begann sie sie zu bitten, nichts zu verkaufen, dass es dort in Ordnung war. Aber ihre Tochter rief aus, Mutter, du wirst auch hier gut sein, du bist allein und das Haus ist groß und wir brauchen das Geld. Willst du uns auf der Straße sehen? Wir müssen für die Wohnung bezahlen. Und die Frau hörte zu und dachte, es wäre besser so. Mama wird bei ihnen sein. Du wirst nur deine Kleidung mitnehmen, was nötig ist. Deine Artefakte und alles andere werden verkauft. Es ist Zeit, dass du mit uns kommst. Und die Frau fühlte, dass dies nicht der Plan für ihren Geburtstag war, aber mit ihnen zu gehen, machte sie glücklich. Aber als sie am Ort ankam, bemerkte sie, dass das nicht der Fall war. Sie war schockiert, als sie in ein Pflegeheim mit Menschen eintrat, die sie nicht kannte, und mit Menschen, die dort sind, um vergessen zu werden oder die einfach eine Last für ihre Familien sind. Vielleicht wegen der großen Enttäuschung und Scham, die sie empfanden, und sie wagte es nicht, etwas zu sagen. Bald wurde sie in ihr Zimmer gebracht. Die ganze Zeit dachte sie, sie wäre bei ihren Kindern und jetzt lag sie an einem unbekannten Ort. Schnell unterschrieben sie die Papiere und vereinbarten, dass ihre Aufmerksamkeit der Einrichtung als Bezahlung für die Unterstützung zukommen würde. Es geht mir gut, Mutter, wir verabschieden uns jetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagte einer der Kinder und Enkelkinder. Aber Sofia Rodriguez sah, wie ihr Mann zuerst ging und für sie litt, und jetzt sie. Wie ist es möglich, dass sie das mit ihr machen? Einen Ort wegnehmen, der sie aufwachsen sah und den ihre Eltern ihr hinterlassen hatten. Sie war immer eine Mutter und eine versuchende Großmutter. Sie verstand es nicht, denn während eine der Angestellten das Papierwerk ausfüllte, bemerkte sie, dass die Dame Geburtstag hatte. Sie informierte schnell die anderen und organisierten eine kleine Party für sie. Sofia konnte die Emotion nicht verbergen. Jetzt war sie bei Fremden und sie behandelten sie mit so viel Aufmerksamkeit. Sicher, es war nicht der Ort, an dem sie feiern wollte, aber was kann man machen? Bald sah sie sich mehr Menschen ihres Alters um. Die meisten schienen ein Leben, wie sie gehabt zu haben, verlassen, und sie hatte nie gedacht, dass sie dorthin gebracht würden, um keinen Platz in dem Haus zu nehmen, das einst ihr gehörte, und jetzt wurde sie als Last angesehen, ein zusätzlicher Mund. Es war leicht zu erkennen und selten bekam sie Besuch von jemandem. Und was das Leben betrifft, war es nicht so unterhaltsam. Nur ein paar Fernseher zum Anschauen und ein altertümliches Radio, das die ganze Zeit lief. Natürlich waren die Bedingungen nicht gut. Einen Monat später wurde der Ort dekoriert, um den Muttertag zu feiern. Sofia war allein in ihrem Zimmer, obwohl sie einige ältere Menschen kannte, wie Moasis, der jeden Morgen für Christina sang, der sagte, dass ihre Kinder bald kommen würden, aber sie kamen nie. Paula, die an Alzheimer leidet, erinnert sich nicht einmal, wen sie sehen würde. Sofia konnte nicht glücklich sein. Der Ort war überfüllt, Menschen, die ihr Leben noch nicht verloren hatten, aber schon vergessen wurden. Wenigstens konnte Sofia sich noch daran erinnern, wer sie war, obwohl es besser wäre, nicht zu wissen, dass ihre Familie sie dort gelassen hatte. Und am Muttertag sah Sofia einige junge Leute eintreten. Sie waren Freiwillige, die an Veranstaltungen teilnahmen, um Menschen glücklich zu machen. Die ältere Dame beobachtete, wie sie tanzten und andere traten verkleidet auf. Es war klar, dass sie nur gekommen waren, um ein wenig Licht in die Dunkelheit zu bringen. Sofia wartete immer noch darauf, dass ihre Kinder kamen. Sie wusste, dass sie eingeladen waren, aber die Zeit verging und sie sah sie nicht. Plötzlich forderte ein junger Mann sie zum Tanzen auf und fragte dann, warum eine so schöne Dame so traurig aussah. Alle waren fröhlich, aber sie war noch nicht daran gewöhnt. Es gibt keinen Grund mehr, glücklich zu sein, junger Mann. Wie können wir das tun, wenn unsere Kinder nicht einmal an diesem Tag kommen? Ich weiß nicht, wie sich die anderen daran gewöhnen können. Und der junge Mann wusste nicht, was er sagen sollte und tanzte weiter. Seine Worte klangen sehr traurig, obwohl sie offensichtlich versuchte, gut auszusehen. Sie war es nicht. Die jungen Leute zogen sich bald zurück, aber Emilio, der junge Mann, der sie zum Tanzen eingeladen hatte, fragte einen der Angestellten, ist das das erste Mal, dass sie diese Dame sehen? Wann ist sie gekommen? Hallo, Frau Sophia wurde vor einem Monat gebracht. Sie ist die einzige, die sehr traurig zu sein scheint. Sie hat sich anscheinend immer noch nicht damit abgefunden, dass ihre Kinder sie gebracht haben. Das Schlimmste ist, dass es an ihrem Geburtstag war. Nun, wir haben hier eine kleine Party für sie organisiert, aber man kann sehen, dass sie nicht glücklich ist. Angesichts einer solchen Nachricht kam Emilio eine Woche später zurück, um sie zu besuchen. Ja, junge Dame, Sophia hat hier etwas zu essen mitgebracht. Es gibt eine Frucht und ein paar Süßigkeiten. Ich hoffe, es stört sie nicht. Nun, sie können es mit ihren Freunden teilen, wenn sie möchten und die Frau war sehr überrascht und da sagte der Junge, weißt du, das erinnert mich an meine Oma. Meine Eltern haben mich verlassen, sie hat mich großgezogen. Leider ist sie vor ein paar Jahren gestorben. Entschuldigen Sie, wenn ich sie mit meiner Geschichte unwohl gemacht habe. Nein, mein Sohn, alles ist in Ordnung. Es ist das erste Mal, dass mich jemand besucht, sagte sie unter Tränen. Und ihre Familie, Frau, ist sehr beschäftigt und dort unterhielten sich beide. Die ältere Dame erfuhr, dass der junge Mann einen Sohn und eine Ehefrau hat, die als Redakteurin für eine lokale Zeitung arbeitet und in ihrer Freizeit freiwilligen Arbeit leistet. Dann hilft sie überall, wo sie kleine Spenden und Freude bringt. Er war sicherlich ein guter Mensch. Als sie sich verabschiedeten, dankte die Frau ihm für den Besuch. Es bedeutete ihr viel. Am Tag nach dem Wiedersehen erzählte Sophia ein wenig mehr über ihr Leben und wie ihre Kinder sie dort gelassen hatten. Sie verstand, dass die meisten jungen Leute nur an sich selbst denken und glauben, dass sie nie alt werden. Und für einige von uns älteren Menschen sind wir eine Last und es ist einfacher, uns beiseite zu legen. Vor allem, wenn kein Geld mehr übrig ist, weil wir alt sind. Sie brauchen uns nicht mehr und denken, dass wir nur darauf warten, in die andere Welt zu gehen. Der Mann verstand die Situation, tatsächlich wollte er nicht, dass seine Kinder ihn in ein Altersheim schicken, um seine letzten Jahre zu verbringen und dann ihn wegwerfen, als wäre er etwas wegwerfbares. Irgendwie fand er die Nummer eines seiner Kinder heraus und rief an. Guten Tag, ich bin freiwilliger in dem Heim, in dem Frau Sophia ist. Ich rufe an, weil es gut wäre, wenn jemand sie besuchen würde. Sie braucht es. Entschuldigen Sie, aber wir zahlen für das Altersheim. Sie müssen verstehen, wir sind sehr beschäftigt und sie legten auf. Emilio verstand nicht, warum sie so kalt zu einer Frau waren, die ihnen das Leben gegeben hatte. So sehr er auch versuchte, niemand kam, sie zu besuchen. Eines Tages besuchte er sie wieder. Er wollte sie zu einem Spaziergang in den Park einladen. Sie stimmte zu, denn sie war lange nicht mehr spazieren gegangen. Plötzlich erschien sie in einem eleganten Kleid, einem schönen Hut und High Heels. Der junge Mann nahm sie am Arm und sie gingen spazieren. Sie sprach darüber, wie es früher war, über die Musik, die Leute, die sie am meisten mochte, sich elegant zu kleiden. Sie erzählte auch von ihren Eltern und Emilio und sie wurden sehr gute Freunde. Und jede Woche kam er, sie zu besuchen. Frau Sophia gestand, dass sie sich wünschte, er wäre ihr Enkel. Emilio lächelte nur. Warum nähern sie sich nur mir und nicht den anderen, erfragte die Frau. Sie haben ihre Realität auf eine gewisse Weise akzeptiert, dieses gebrochene und verlassene Herz gestärkt, aber sie nicht ich wünschte, ich könnte helfen. Außerdem erinnern sie mich sehr an meine Oma und die Frau umarmte ihn fest. Und sie erzählte von ihren Kindern. Kümmern sie sich um sie und um alles, was eine Mutter geben möchte, kümmern sie sich auch um meine Enkelkinder. Und zusammen mit meinem Mann haben wir für ihre Universität bezahlt. Wir wollten, dass sie uns alle gleich behandeln, uns auch unterstützen. Wir zahlten ihre Wohnungen, aber als er starb, änderte sich alles. Wir hatten ein finanzielles Problem, ich konnte ihnen nicht mehr helfen und da sie bereits erwachsen waren, dachte ich, sie könnten sich selbst überlassen. Aber meine Enkelkinder wollten sich anscheinend nicht anstrengen. Tatsächlich hörten sie auf, mich zu besuchen. Als sie sahen, dass ich ihnen nicht mehr half, verkauften sie mein Haus und teilten das Geld. Ich dachte, sie würden mich zu sich holen, um bei ihnen zu leben, aber schau mich an, ich bin hier. Wie können sie jemanden wegwerfen, der ihnen geholfen und sich um sie gekümmert hat, als Sophie erwischte sich die Tränen ab und Emilio hörte schweigend zu. Er hatte einen Kloss im Hals. Hallo, was ist dein Traum, Junge, erfragte die Großmutter. Nun, mein Traum ist, dass mein Sohn laufen kann. Er wurde mit einem Problem in den Beinen geboren und aus Geldmangel können wir die Behandlung nicht fortsetzen. Schade, das wusste ich nicht über ihren Sohn. Warum haben sie mir das nie gesagt? Lassen sie mich ihnen helfen, sagte die geheimnisvolle lächelnde Dame. Der junge Mann verstand nicht, was sie meinte, aber als er im Altersheim ankam, wählte sie ihre Sachen aus und zog eine kleine Tasche heraus. Darin befand sich ein Zettel und ein Schlüssel. Hier ist die Adresse und gab sie Emilio in die Hand. Dort finden sie einen kleinen Schuppen, niemand weiß davon, es ist das einzige, was nicht verkauft wurde. Es gehörte meinen Eltern, darin finden sie eine Kiste und nehmen sie sie mit, verzögert für einen besonderen Moment. Der junge Mann lächelte, verstand aber nicht, was es sein könnte. Bald verabschiedete er sich, umarmte die Großmutter. Heute war ein schöner und aufregender Tag, Sophia bat ihn, nicht zurückzukommen, bei seiner Familie zu bleiben. Das sagte sie ernst. Hier haben sie nichts zu tun. Gehen sie zu ihrer Familie, sie brauchen sie mehr als ich. Machen sie sich keine Sorgen um mich, es wird mir gut gehen. Außerdem haben sie mich geliebt fühlen lassen. Es ist lange her, dass ich so einen Schlag bekommen habe. Sophia seufzte dann und fügte traurig hinzu, kümmern sie sich gut um ihre Familie, Emilio fühlte sie nur. Am nächsten Tag nach der Arbeit fuhr er zu der angegebenen Adresse, weit weg von der Stadt, zu einem kleinen Schuppen. Dort fand er eine geheimnisvolle Kiste. Sicher war das, worauf die Frau sich bezog. Sie war verstaubt. Offensichtlich war sie seit vielen Jahren aufbewahrt worden. Der junge Mann nahm sie, sie war schwer und brachte sie nach Hause. Noch nicht geöffnet. Ich bin zu Hause, die Ehefrau dachte definitiv, es sei Müll und fing an sich zu beschweren. Sie verstand nicht, was an der Kiste so besonders war. Emilio beschloss, es zu vermeiden, also brachte er sie in den Keller und fing an, sie dort zu öffnen. Dort bemerkte er, dass etwas fehlte. Nun, zuerst bemerkte er, dass darin Erinnerungen waren. Aber was er als nächstes sah, ließ ihn erst einmal nicht glauben. Es gab verschiedene Schmuckstücke und Goldbarren. Unter Tränen ging er zu seiner Frau und umarmte sie. Sie wusste nicht, warum er sich so verhielt, aber als sie herausfand, was passiert war, war sie überrascht. Und die beiden hatten eine neue Hoffnung, dass der Sohn nicht immer gibt. Sofort lief der junge Mann zur älteren Dame, er musste sie sehen. Es war egal, wie oft sie ihm sagte, er solle sie nicht besuchen, er ging trotzdem. Er dachte daran, sie aus dem Altersheim zu holen, ein Haus oder eine Wohnung für sie zu kaufen, um bei ihnen zu leben, aber als er ankam, wurde ihm mitgeteilt, dass Sophia gestorben war. Und die Familie wurde informiert, aber niemand kam. Emilio ging raus, setzte sich auf eine Bank und weinte mehr. Warum hat sie es nicht verkauft, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen? Aber wie Sophia sagte, es war für einen besonderen Anlass und dieser Anlass ist gekommen. Und am nächsten Tag wurde sein Sohn operiert und es bestand eine gute Chance, dass er laufen konnte. Und als Schriftsteller beschloss er, einen Artikel für die lokale Zeitung zu schreiben. Dort erzählte er einen Großteil von Sophias Leben und die Geschichte, wie er sie kennengelernt hatte. Bald kam es in die Hände ihrer Kinder, die jetzt ohne Geld und mit mehr Schulden waren und sie konnten nicht glauben, was sie sahen. Sie lasen, dass ihre eigene Mutter das Wertvollste einem Fremden gegeben hatte. Aber sie wussten nicht, dass dieser Fremde sie in den letzten Momenten ihres Lebens glücklich gemacht hatte. Leider ist das eine Geschichte, die die heutige Gesellschaft repräsentiert. Viele bevorzugen es, ältere Menschen beiseite zu lassen, sie zu ignorieren oder in ein Altersheim zu stecken, um auf das Ende zu warten, eine traurige Realität. Sie wissen nicht, dass auch ältere Menschen leiden. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir möchten Sie hören. Bis zum nächsten Video.